Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bedanke mich für diese wunderschöne Zeit mit euch auf YouTube bisher. Wir haben jetzt ja die 100 Abonnentenmarke geknackt. Ich bedanke mich Leute für eure bisherige Zeit, wo ihr mit mir auf YouTube verbracht habt. Und bedanke mich dafür, dass ihr meine Videos immer geliked und abonniert habt. Ich habe euch über jedes einzelne Kommentar und über jedes einzelne Video, wo ich gemacht habe und veröffentlicht habe, gefreut. Und ich hoffe, die nächsten weiteren Videos, wo ich mache, dass sie euch weiterhin gefallen. Und allgemein, ich fand die Videos, die ich für euch gemacht habe, die waren immer schön. Und vor allem zu sehen, dass sie euch gefallen. Und da wir jetzt nun die 100 Mal erreicht haben, bedanke ich mich jetzt offiziell bei euch für eure Treue und für euer Zusehen immer. Und ich hoffe, die nächsten Videos, wo ich veröffentliche, die werden euch genauso gut gefallen. Ja, das war es zumindest schon mal von meiner Seite. Und dann freue ich mich auf die nächsten Videos. Und immerhin noch viel Spaß beim Zusehen auf meinem Kanal. Ja, also dann, haut rein Leute und bis zum nächsten Video. Servus.